Ey, ist das... Ich hör gleich auch wieder auf zu spielen. Oh man, oh. Geh mich auf den Sack, Alter. Oh, ist doch nicht wahr. Ich hab mich doch gedugt, Alter. Nee. Das sei alles so dumm, Alter. Ja, genau. Der ist, würde ich schon behaupten, einer meiner Hasskämpfe. Nicht so schlimm wie zum Beispiel der Drache oder... ...Peter von Fröster. Wobei man bei Peter von Fröster sagen muss... ...dass man da schon eine faire Chance hat. Oh, dieses Romgerenne, von dem geht mir so auf den Pudding, Alter. Da la la la, da 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 daa. Da, da, da... Da, da, da ... Musik Och, oh Gott, das war ja richtig knapp Ich versuche gerade nur dem Wurm auszuweichen Weil ich den ja ansonsten anscheinend nicht treffe Geh doch mal kaputt, du blöder Kackwurm Okay Och, bin ich doof, Alter Ey, du machst so viele Fehler bei der immer Die ist echt ein Gegner aus der Hölle Also der ganze Kampf ist echt Oh Gott, oh, ich bin blöd, Alter Ja, das war's schon wieder So schafft man die letzte Phase nicht Ich glaube, hier muss ich stehen, richtig? Ja Der zieht den aber auch zu schnell wieder weg, den blöden Rüssel immer Oh Und die Zunge kommt so schnell raus Oh, guckt euch das an Okay Rüssel attackieren ist keine dumme Idee Aber ich muss damit mehr Trefferpunkten ankommen Aber am Rüssel ist er empfindlich Der Kranke wäre es das nicht Mein Rüssel ist aus Stahl Nein, Spaß, natürlich nicht Mein Rüssel ist auch empfindlich Oh Gott Nee Nee, das möchten wir so nicht Okay, die Ultraattacke auf jeden Fall aufheben Für den Rüssel Das haben wir ja jetzt gelernt Der Wurm ist halt Nervig ohne Ende Einmal in die letzte Phase kommen Jetzt am besten ohne Schaden zu nehmen Oh Oh Gott Ah, das war dumm Da bin ich halt reingesprungen Ich erschrecke mich auch immer Tatsächlich, wenn er dann plötzlich auftaucht hinter mir Und ich da irgendwie so nicht mit gerechnet habe Obwohl ich eigentlich damit die ganze Rechnung müsste Oh Gott Sauber Knapp und Ja Knapp und Oh nein, jetzt habe ich noch ernsthaft Schaden bekommen. Ich habe auch richtig gezuckt gerade. Ich habe mich wirklich erschrocken. Hätte ich jetzt gerade mit Cam gespielt, wäre das lustig gewesen für euch. Oh Gott. Lieber auf Nummer sicher gehen, ey. Wenn ich schon nur noch zwei Trefferpunkte habe. Oh Gott. Ey, manchmal springe ich halt nicht richtig. Das war's. Das war's schon wieder. Ist das dumm. Leider nur ein Trefferpunkt, ey. So, jetzt. Oh, scheiße. Ich sag ja, da musst du mit mehr als einem... Okay, diesmal hat das aber auch nicht so viel gebracht. Lustigerweise. Bei dem musst du halt echt ankommen mit möglichst allen Trefferpunkten. Wenn du so ein schlechter Spieler bist wie ich. Das können wir direkt wieder retryen. Ich sag ja, da muss ich auch nicht so viel gebracht. Oh Gott. Das war dämlich. Ich muss sagen, das DLC hat aber auch echt nervige Kämpfe irgendwie. Zum Teil. Och, ist doch nicht wahr, ey. Alter, es ist nicht wahr. Eigentlich wäre das fair, wenn er von seiner eigenen Scheiße da auch Schaden kriegt. Tut er aber nicht, soweit ich weiß. Also ich weiß es nicht wirklich. Ich spekuliere, weil manchmal erwischen den ja schon saftige Salben und dem passiert halt einfach nichts. Den Penner. Oh Gott. Oh, Scheiße. Wenn man noch dashen könnte, ne? Was man ja eigentlich kann. Wirklich so ein Dreckskampf, ey. So ein Dreckskampf. Oh Gott. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Spinnen und so werden von den Bomben beeinträchtigt. Er nicht. Er sagt, er hat das nicht nötig. Och. Und. Warm. Oh Gott. Oh Gott, wo soll ich denn hin? Da war der Dash. Alter. Man will halt möglichst keinen Fehler machen. Blöde Kuh. Irgendwo hier? Ja, okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Mann. Scheiße, jetzt habe ich nicht mehr auf den Fliegenhaufen geachtet. Boah ey, das ist so fies. Das ist definitiv ja schaffbar, aber das ist so fies. Die Fliegen gehen mir auch so dezent auf den Sack, ne? Oh, fick dich ins Knie, du kackbehinderter. Insektenbulle. Das ist so fies. Oh Gott, ist das dumm. Ich bin dumm, ich bin unfähig. Also mit P-Shot ist der Kampf echt mega beschissen. Aber ich habe es mir so ausgesucht. Jetzt muss ich mir auch beweisen, dass es geht. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm. Da-da-da-da, da-da-dabah, da-da-da-da Komm, du Pisser. Nein, das war dumm. Jetzt habe ich meine Ulti umsonst verballert. Komplett umsonst verballert. Oh Gott! Oh Gott! So. Drei Trefferpunkte. Scheiße, trotzdem Schaden. Oh Mann, ich hasse diesen Insektenhauchen. Oh Gott, ich wollte parryen und nicht daschen. Oh, guck mal, wie nah wir dran waren. Ich heule. Ich heule. Ich heule. Wir machen das. Wir machen das. Wer weiß, vielleicht sogar noch in dieser Aufnahme. Ah, so aber nicht. So nicht. So wird das nichts. Oh Gott. Oh Gott. Das war gerade der Tanz mit dem Burm, ey. Oh Gott, nein. So. Oh Gott, nein. Scheiße war das knapp mit dem Burm gerade. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Habte das gesehen? Wie hat das gesehen? Das war ultra Instingt. Paule. Mist, ey. Puh. Oh Gott, das war dumm. Ich hasse diesen Scheißkampf so sehr. Junge, man kann die zwar parryen. Ist das beschissen. Ist das ein beschissener Scheißkampf. Oh Gott. Mach.